Wir verbringen hier unsere gesamte Zeit. Ich will ein Paradies daraus machen. Sie hat alles restauriert, bis ins kleinste Detail. Sie hat dem ganzen Haus neues Leben eingehaucht. Bist du glücklich? Ich liebe dich. Bitte, nur herein. Hallo. Hallo. Er ist ein Fremder. Wollen wir ihn einfach so bei uns schlafen lassen? Ja, hallo. Wusstest du, dass er eine Frau hat? Er hat Fotos von dir in seinen Sachen. Was hast du in ihren Sachen zu suchen? Was wollen die? Gott steh ihnen bei. Sie sind meinetwegen hergekommen. Komm, schnell! Du bist verrückt. Ich war nicht verrückt. Ich habe nur versucht, ein bisschen Leben in dieses Haus zu bringen. Die Türen zu öffnen für neue Menschen, neue Ideen. Es tut mir sehr leid. Lass das mal im Haus! Lass hier! Du gibst und du gibst und du gibst. Aber es ist nie genug. Aber es ist nie genug. Du gibst dann zur Seite. Und du gibst dann auf ganz Penна, eine Mama. Du gibst dir!